WDR mediagroup GmbH Ein Krieg gegen Terror, so sagte man es ihm Doch was er sah, war so anders als es schien So anders als alles, was man in Medien zeigt Denn anstatt, dass man Iraker vom Terror befreit Wann es US-Soldaten, die auf Zivilisten schießen? Aus Helikoptern, es waren auch Kinder, die dort liefen Er sah unschuldige Menschen ums Leben rennen Der junge Soldat hieß Bradley Manning Und anstatt einfach wegzuschauen, deckte er diese Verbrechen auf Stahlgeheime Beweise und Dokumente über Folter Leiden und tote Menschen Und gab diese Weite an Wikileaks Für einen einzigen Soldat war das ziemlich viel Es war ein großer Akt der Zivilcourage Vielleicht war es einer der größten dieser Tage Und dafür hat Bradley große Ehre verdient Amerika ist schließlich ne Demokratie Er wurde mit Paraden empfangen Für seine Verbrechensbekämpfung hat ihm der Staat sehr gedankt Dafür, dass er so viel Liebe der Welt zeigt Schenkte ihm Obama seinen Friedensnobelpreis Denn das ist wie der Westen denkt Obama nahm ihn in den Arm und sagte Yes, we can! Leider ist das alles Fantasie Jeder weiß, dass es anders lief Sie packten ihn ohne Gerichtsverfahren Kammer in Einzelhaft, wo er kein Licht mehr sah In einer Zelle, 23 Stunden am Tag Wo er ohne Decke auf Fahrt im Untergrund lag Es war Folter auf die mieseste Art Alle fünf Minuten kommt ein Wächter rein So hielt man ihn wach Und dann entzog man ihm sogar seine Kleidung Selbstmordgefahr, so sagte man es der Zeitung Nackt ohne Schlaf, in Einzelhaft Ohne Gerichtsverfahren Das nennt er freier Staat Nur damit ihr's alle rafft Diesem Jungen drohen 130 Jahre Haft Dafür, dass er sie aufdeckt Die dreisten Verbrechen Was? Yes, we can! Beschreit Freiheit für Menning Ach ja, und was mit den Killersoldaten und deren Vorgesetzten passiert ist Die so viel Zivilisten und Kinder auf dem Gewissen haben Sie sind weiterhin auf freiem Fuß